Hallo und herzlich willkommen zu so einem neuen Video. Heute live aus Coburg von der DKM Sommerparty. Ich stehe hier am Stoblsheim Hochdach, wie man sieht. Hier die Location. Ich bin mit Brezel unterwegs. Hier kommt schon ein paar sieben Jahre gefahren. Der macht gerade Fahrschul-Lehrer-Tänning. Wo willst du denn jetzt hin? Auf die andere Seite von dem Holz oder was? Wir haben kristiansegar.at. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier mal ein ganz außergewöhnliches Modell. Ein schöner Brasilia. Ein geiles Ding wird. So ein bisschen Race-Style. Musik 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 Standlicht an. Unterwohnlicht. Was nur TL kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich sah eine schöne Kamera. Noch nicht. Später. Später, ja. Später. Wie bei Marvin. Wow. Geil. Wenn das Handy auf trägt, ihr Handy. So. Hier ist heute Nacht unser Schlafquartier. Hier meins. Hier will seins. Das muss heute Abend gut gehen. Dann kommt schon weiter. Dann kommt schon weiter. Dann kommt schon weiter. Dann kommt schon weiter. Und los geht. Dann kommt schon weiter. Musik Musik Stopp ist ein neues Fahrzeug hier Spitze, ich werde Pizza Verkäufer Genau Da kommen hier 28mm Bremsscheiben rein Ja machen wir an Ja machen wir noch So wie man sieht sind wir gut wieder aus Kubrick zurückgekommen von der DKM-Feier War wirklich sehr sehr schön Vielen Dank nochmal an Siggi und an die Annika Gutes Essen, gute Location Alles tipptopp Und wenn euch das Video gefallen hat Like da lassen, Kanal abonnieren wie immer Und bis zum nächsten Mal Tudö